halli hallöchen liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen minecraft video mit dem lieben harry gamer dem eisbär und meiner wenigkeit dem panda gamer dem panda und wir sind hier wieder auf skyblock wie er schon erwähnt hat und unsere jense sieht noch ziemlich ähnlich aus wie in der letzten folge heute werden wir wieder ich weiß nicht was der liebe panda gamer macht aber wir werden hier den baum endlich mal fertig machen ich mache die plattform noch fertig und ich muss jetzt noch mal kürbis dran pflanzen brauchen unbedingt eisen aber ich wette das gibt es auch wieder nicht das muss man auch wieder kaufen ja wir müssen ein bisschen erde erweitern weil wir keine erde mehr ich hole mir gerade ein bisschen erde macht du das weißt du was eigentlich wenn wir hier oben auf der baumkrone eine hütte bauen ein baumhaus ja warte mal ich habe noch eine bessere idee wir machen unsere insel gegen oben hat man ja fast also hat man ja bis dort oben platz zum bauen dass wir unsere insel einfach mehr stöckig machen genau so sieht das aus als ob meine axt schon wieder kaputt ist alter ich habe gerade schaden bekommen keine ahnung und wieso keine ahnung und weshalb keine ahnung und warum keine ahnung ja moin ich habe aus einem steck normalem holz fichtenholzes glaube ich nicht mehr als vier stecks eichenholz bretter ich habe jetzt noch mal vier kürbisse gepflanzt ja gut ich habe gerade eine truhe hinsetzen wollen dann geht die truhe weg und was bekomme ich 32 silber barren also eisen eisen silber lol ich habe eine truhe im inventar gehabt nur zwei nur zwei aber du möchtest eine schere ich habe eine idee für das nächste video leute ja ich auch mal rein ich habe gerade 30 was die 30 in der chest sind die dir ja ach so nein ich hatte einfach in meinem inventar eine chest und die wollte ich platzieren also die habe ich platzieren und dann ging sie einfach weg die ging einfach weg ohne grund bei mir ist gerade gepackt und wieso ich habe zeugs gesetzt und das ging alles weg eben irgendwie backt es gerade richtig rum aber wieso bekommt mich dann kann reisen weiß ich doch nicht und buchung jetzt möchte ich wieder weitern um ging ich glaube die wollen und smart mob mob macht die mob 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 Mob. Mob. Mach die Mobbe. Mob. Mob. Mach die Mobbe. Halt. Stopp. Halt. Stopp. Jetzt muss ich wieder dieses Meme einfügen. Alter. Wir haben irgendwie zwei Videos, aber dieses Meme. Du musst ja nicht, du musst ja keine Meme einfügen, nur weil ich ein Meme einfüge. Aber das ist lustiger, verstehst du? Ja, also ich lache mich immer kaputt, wenn ich die Meme einfüge. Aber wenn du motzt, dass du die ganze Zeit Meme einfügen musst, ja, dann hör. Ja, hast du eigentlich das Video schon gesehen, dass wir... Ja, ich habe sogar die Premiere gesehen. Ich auch. Alter, schau mal, wie weit ich nach oben gebaut habe. Hä? Als kann ich wieder beginnen, abzubauen. Sprachenlernen Bubble. Ja, ich brauche Cobblestone, Cobblestone, ja, äh, äh. Ey, hallo, jetzt, der ist gerade für mich besitzt, ja, haben wir uns verstanden? Ja, ich brauche aber auch Cobblestone. Wieso machst du das zu? Ja, warum nicht? Dann können zwei gleichzeitig... Ja, hast du schon mal gesehen, dass hier unten ein Loch hat? Ah, nee. Das habe ich nicht zugebaut. Ja, und... Es können eh nicht zwei gleichzeitig. Doch. Nein. Tschüss. Wieso springst du runter? Weil ich Hunger habe. Aha, jetzt habe ich immer noch... Für das gibt es ja Essen, Kollege. Jetzt habe ich immer noch... Ich dachte, wenn man nur runterspringt, aber naja, kein Hunger mehr. Für das mache ich ja einen Garten. Ich habe Äpfel, du nicht. Ach je. Ein Garten hier ist auch schon wieder gewachsen, ne? Eine vorhandene Verbindung wurde von... Danke dafür. Was würdest du gebannt? Nee, aber... Ich wurde rausgekickt, irgendwie. Ja, toll. Ja, toll. Ich weiß, Mann. Und jetzt komme ich wahrscheinlich nicht mehr rein. Danke dafür. Es wird schon wieder Nacht. Was ist los? Hey, ich komme nicht in den Server rein. Und starte das Spiel nochmal neu. Nee, das muss gehen. Okay, ich starte das Spiel nochmal neu. Also, Freunde, würde ich sagen, wir sind Cuts hier und... Und sehen wir uns. So, da... Zur... Zur Verabschiedung wieder. Okay, Leute, ich würde sagen, das war es dann auch wieder mit dem heutigen Sky-Video. Chaotische Folge. Ich will das Auto nicht zu lange machen, nicht die ganze Zeit babbeln. Ich sage einfach Tschüss. . . . . Bis zum nächsten Mal.